So, Michael Struck, herzlichen Glückwunsch heute zum besonderen Preis bei der AHGZ Hotel jedes Jahres. Lange drauf gewartet? Jetzt verdient eingeheimst oder? Nie damit gerechnet. Also keineswegs bisher damit gerechnet. Also deswegen, von warten noch keine Spur. Kam sehr, sehr überraschend. Jetzt haben wir vorher gehört, dass Sie ja als Unternehmer, als Gründer damals wirklich alles gemacht haben. Eigentlich jede C-Level-Position verantwortet haben. Ist damit in den Jahren weniger oder doch noch sogar mehr geworden? Nein, Gott sei Dank. Und ich habe das große Glück, ich habe ein wundervolles Team. Und die sind alle in jüngeren Jahren zu mir gekommen. Aber dadurch hatten wir gemeinsam die Gelegenheit, Ruby zusammen zu prägen, aufzubauen. Sie haben sich alle so weit eben jetzt auch entwickelt, verselbstständigt, dass sie all ihre Bereiche selber verantworten. Insofern kann ich ja, mich aus immer mehr dieser Rollen zurückziehen, mich auf das konzentrieren, was mir am meisten Spaß macht. Und jetzt geht Ruby auch nach Asien, langsam aber sicher. Da klang es heute so, als wenn das wirklich konkret ist. Macht das erste Haus auf, ja? Habe ich gehört, in Shanghai? Genau. Super. In Shanghai starten wir, beziehungsweise auch Shenzhen und Guangzhou. Guangzhou, das wird alles dieses Jahr sein. Alle in etwa drittes Quartal. So dann mal schauen, wer als erstes über die Ziellinie geht. So, jetzt noch Ihre persönliche Beziehung zu Corbinian Kohler. Gibt es irgendwelche Glückwünsche, die Sie gerade... Sie haben ja Ruby in der Nacht, sag ich mal, erträumt. Was fällt Ihnen gerade zu Corbinian Kohler ein? Ein sehr verdienter Preisträger und ein ganz besonderer Mensch. Wunderbar. Ihnen lieben Dank. Alles Gute weiterhin für Ruby und wenn es dann auch auf hohe See geht in 2026. Super, vielen Dank. Alles Gute Ihnen. Merci. Ich bin der Ferdinand, der älteste Sohn, darf seit 1. November letzten Jahres mitmischen. Bei uns im Tegernsee Fantastisch. Wir haben gehört, du machst einen fantastischen Job. Nettes Wortspiel von deinem Vater. Vielen Dank, vielen Dank für die netten Worte. Es heißt Tegernsee Fantastisch, weil wir Gäste beeindrucken. Wir wollen sie beeindrucken, begeistern und dass wir mit einem fantastischen Bauchgefühl wieder rausgehen. Und fühlt es sich so ein bisschen an wie ein Start-up? Ich meine, in deinem Alter auch. Wie alt bist du jetzt, Ferdinand? Ich bin jetzt 25 geworden. Also, was ist es geworden? Letztes Jahr im Dezember. Okay. Das Produkt ist ein bisschen Start-up, weil es so noch nicht gegeben hat und noch nicht gibt. So meine Wahrnehmung aus der Ferne, aber ich komme bald mal vorbei. Es ist sehr cool, weil wir die ganze Zeit dran schrauben, was können wir besser machen, was können wir anders machen. Wir haben viel gelernt, was man sofort ändern muss. Das hat man sich in der Planung cool vorgestellt, aber das ist in der Realität nicht umsetzbar. Manche Sachen, wo man sich dachte, das ist ein Nice-to-have, ist der volle Burner. Deswegen warst du schon bei uns? Noch nicht, aber ich komme aus Stuttgart, also es ist nicht ganz so weit weg. Drei Stunden? Genau. Nimm dir schnell einen Porsche aus Stuttgart. Genau, den hol ich mal aus der Garage. Ja, oder bei uns. Jetzt hat ein Vater tolle Worte. Ich bin aus dem Familienmensch. Schon an euch gerichtet, ihr seid aufgestanden, dein Bruder und du. Und Corbine, dein Papa, meinte ja auch, wie damals deine Mutter, so den Eingangsbereich, was war das, bei euch geschmückt hat, als er beim Notarvertrag zurückkam. Wie hast du den Moment empfunden oder liegt das zu weit in der Ferne? Da war ich zwölf Jahre alt, weiß ich noch. Normalerweise ist der Papa mal mittags heimgekommen, es gab Mittagessen. Selten war er mal fern. Er war den ganzen Tag fern, er hat auch nicht abgehoben. Am Telefon. Da hat die Mama uns Kinder langsam eingeweiht, wie man es als Zwölfjähriger versteht. Und dann haben wir uns Kochschätzen angezogen. Und dann haben wir zu Hause Hotel gespielt. Und dann wurden ein paar Möbelstücke verrückt, wurde eine Rezeption gebaut. Und die Betten Picobello fein gemacht. Also es war auch ein Prozess, sag ich mal, das den Kindern beizubringen, dass da jetzt ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Unsere Mutter hat das immer sehr nett uns Kinder haben vermittelt. Auch wenn wir ein neues Haustier bekommen haben. Okay. Und das war mal vielen Dank, liebe Mama, Mami, Entschuldigung. Okay. Dass das immer so nett und liebevoll mit uns gemacht wird. Und hat es geklappt? Heute verantwortest du es fantastisch in Tegernsee. Heute darf ich ein kleines Zahnrad mittlerweile mitdrehen. Super. Macht wahnsinnig Spaß, ein kleines Restaurant mit dabei. Das Gardone, wie vorher angesprochen, mit dem originalen Holzkohleofen. Macht sehr Spaß und freue mich auf die nächste Aufgabe. Super. Dann wünsche ich dir eben fantastisch. Euch als Familie weiterhin alles Gute. Vielen, vielen Dank. Und bis bald mal wieder im Hotel-Podcast. Ich komme vorbei. Vielen Dank. Danke sehr. Danke. Danke. So, die Party sind voll im Gange. Man hört es. Traut bei uns noch. Gute Frage. Was gibt es Neues im Ritter-Dobach? Ja, was gibt es Neues? Gute Frage. Muss ich immer selber darüber nachdenken. Falscher Zeitpunkt. Naja, du warst ja im Hotel-Podcast zu Gast. Ein paar Monate sind schon wieder vergangen seitdem. Die Ankündigung groß, aber es wurde auch viel umgesetzt. Nichts wahrscheinlich. Ja, es wurde einiges umgesetzt. Und ab 1. Mai starten wir auch mit einem zumindest evolutionierten Gastronomie-Konzept. Wo wir eben unser renommiertes Magetan-Konzept mit der Halbpension, die bei uns Ritter genutzt hat, Halbpension ist eigentlich ein fürchterliches Wort, fusionieren. Um eben gerade den Gästen, die die Halbpension in Anspruch nehmen, noch wirklich ein Upgrade mit auf den Weg zu geben. Okay. Und hast du in der Vergangenheit schon mal ein bisschen auf das Bachmeier-Weissach ein bisschen rüber gespickelt und gedacht, oh, die machen das auch ganz gut, da kann ich mir was abschauen? Also ich kann dir was verraten. Ich war 2010, als sie gerade eröffnet hatten, mit der gesamten Familie dort. Okay. Ja, und da haben wir so einen Kurzurlaub verbracht und haben auch Herrn Kohler kennengelernt. Und ich finde es ein wirklich Top-Visionär, der tolle Ideen, tolle Impulse setzt. Und manchmal tun der Branche Quereinsteiger einfach auch gut, ja. Und man hat das auch heute an der Ansprache gemerkt, dass ein Mann ja nicht nur mit Visionen, sondern auch mit Werten, die er vertritt und die er auch sehr, sehr glaubhaft vermittelt. Und insofern können wir uns so verneigen und von Herzen gratulieren. Machen wir und wir stoßen einen kleinen Mal auf ihn an. Genau. Danke dir. Danke dir. Und bis bald in Dober. Fabian Arendt, den Weg haben Sie sich auf sich genommen hier bis nach Rust von München? Ja, es ist kein kurzer Weg. Ich glaube aber aus dem Süden ist es noch relativ überschaubar. Nichtsdestotrotz lohnt es sich immer wieder hier hinzukommen. Familie Mack macht das großartig. Und ja, es ist toll hier als Gast im Europapark zu sein. Und mit der bayerischen Gewinnerauswahl heute zufrieden gewesen, ja? Absolut. Kommt ja auch aus dem Süden, ganz aus der Nähe von München. Und wir kennen ihn bei uns im Charles Hotel als ganz, ganz tollen Kollegen. Sehr wertschätzenden Kollegen, der für die Branche unheimlich viel getan hat, aber auch, ja, einfach ganz toll ist im Umgang. Und es gibt keinen besseren Gewinner als ihn, glaube ich, für heute Abend. Und da kann ich mich den Glückwünschen nur anschließen. Alles klar. Wir stoßen auf ihn an. Absolut. Auf Corbinian Kohler. Cheers. Saute. Lieber Corbinian Kohler, ich werde nicht der Erste sein heute Abend. Ferdinand, gerade bei uns schon Tumulte vor der Fotowand. Alles Gute vom Hotel-Podcast und von mir aus zum Preis Hotel jedes Jahres 2023. Ganz herzlichen Dank. Das ehrt mich sehr. Schöne Nachricht, glaube ich, für Sie als Familienmensch. Und als solchen haben wir Sie heute hier auch auf der Bühne schon kennengelernt. Der Ferdinand war gerade auch schon hier im Hotel-Podcast zu Gast. Ja, super. Der Ferdinand ist jetzt seit meinem Jahr bei uns fest tätig als Chef von Tegensee Fantastisch und dem Gardone. Und er macht einen super Job. Also er spricht noch so von einem kleinen Start-up, was das fantastisch ist. Ihre Unternehmung liegt da jetzt schon, oder der Start, sage ich mal, des Hotels 18 Jahre zurück. Zwölfeinhalb. Ah, zwölfeinhalb. Dann hatte ich vorher schon drei Pilze zu viel im Kopf gehabt. Wo sehen Sie sich so nach zwölfeinhalb Jahren jetzt? Ja, also heute sehe ich mich bei aller Bescheidenheit in einer Sphäre, die mir noch surreal wirkt, aber die ich sehr genieße. Und wir haben ja vorher auch schon gehört, Genussmomente oder Glücksmomente dauern am Tegensee immer ein bisschen länger. Von daher hoffen wir, dass das auch hier in Rust Gültigkeit hat. Ja, also wir versuchen sozusagen das Tegensee Spirit hier nach Rust zu transportieren. und Sie haben ja schon gesehen, wir haben richtig Spaß hier und wir genießen den Abend in vollen Zügen. Von der Szene gerade werde ich ein bisschen was reinschneiden, damit die Gäste vom Hotel-Podcast auch mal mitbekommen, wie er gerade gefeiert wurde. Das würde mich freuen. Das dürfen die Leute ruhig sehen, wenn man auch mal ausgelassen feiert. So, jetzt möchte ich einmal den Preis von Matteo Thun gerne auch anfassen. Ja, bitteschön. Das Tolle ist ja, dass Matteo Thun auch ein guter Freund von uns ist. Okay. Und das ausgerechnet eher, das ist ja unabgesporn, diesen Preis zufälligerweise, den ich jetzt empfangen darf, gestaltet hat, ist sozusagen der Icing on the Cake. Icing on the Cake. Und ich glaube, von diesen Icing on the Cakes gibt es heute Abend noch ein paar mehr für Sie. Ich entlasse Sie. Lieben Dank, Kobinian Kohler. Ihnen alles Gute von Herzen. Und vor allem für die tolle Familie. Hat mir sehr gut gefallen. Vielen Dank. Hat mir Spaß gemacht. Danke Ihnen. Schönen Abend. Danke Ihnen.